Yo, Freunde, was geht ab? Ich bin Lukas. Und ich bin Tobi. Wirst du nicht Lars? Ich wollte mal ein bisschen was anderes sagen. Wir sagen immer das Gleiche, weißt du? Aber ja, ich bin Lars. Heute gibt es Arten von YouTube-Torhütern. Ihr habt das alte Video so gefeiert, da dachten wir uns bei diesem Krankensupport hauen wir das nochmal für euch raus. Teil 2, Leute. Wisst ihr Bescheid? Deswegen, supportet auch gerne dieses Video. Leute, lasst ein Like da, ihr wisst Bescheid. Elft uns mit den 1.000.000 Abos, denn wir wissen, viele von euch, die die Videos gucken, haben uns noch gar nicht abonniert. Ja, über 60% haben uns nicht abonniert, deswegen, wenn du da draußen nicht abonniert hast, jetzt direkt abonnieren, dann steht unter deinem Bett. Was steht da nochmal? Der Lars. Ganz viel Glück. Leute, wir zeigen euch heute 5 Arten von YouTube-Keepern, die man hier so sieht auf dem Platz. Die Klassiker. Schreibt doch an dieser Stelle jetzt euren Lieblingstorwart in die Kommentare, Leute. Meiner ist auf jeden Fall Hugo, der kleinste, beste Keeper der Welt. Boah, der kleinste, beste Keeper der Welt, ganz klar Hugo. Wegen Check-Fußer-WG. Aber ich hab gehört, Ter Stegen ist auch nicht so schlecht. Ist okay, aber keine Chance gegen Hugo. Let's go! Weißt du, das ist für mich hier gar keine Konkurrenz. Ich bin mit Abstand der beste Keeper überhaupt hier, weißt du? Weißt du, damals mit 11 Jahren hab ich schon den Award für den bestaussehendsten Keeper bekommen, ja? Guck mich mal an, Alter. Ich sag dir ehrlich. In der Liga? Ich weiß nicht. Ich glaub, ich bin der Einzige, der wirklich mit Glatze spielt. Ja, und das verleiht mir die Kraft. Deshalb bin ich der Beste. Ich bin 1,59 groß. 1,59. Und kann 3,80 Meter hoch springen. Kann das sein? Ich bin 1,40 groß. Letztens hat mir sogar der Manu geschrieben. Manuel Neuer. Kennst du den? Ist das nicht dieser... Ja, genau der. Auf jeden Fall meint er so, du bist viel zu krass, hör bitte auf. Du machst mir Konkurrenz. Ich mein so, Bruder, sorry, ich kann auf jeden Fall nichts dafür, dass ich so krass bin. Die ganzen Dorhüter gucken natürlich zu mir auf, obwohl ich so klein bin. Eigentlich müssten die ja runter gucken. Und wenn der Ball kommt, ich hab den halt. Den hab ich. Jungs, Jungs, direkt in den Konzern nach vorne. Was? Hä? Handschuhe kaputt, Handschuhe muss ausgewechselt werden. Ey, ich spiel nicht mehr, Alter. Ich hab keine Form. Ey! Ne, ne, das geht so nicht. Der Rasen ist doch hier gar nicht gestutzt, der Kunstrasen. Ich konnte gar nicht springen. Hast du das gesehen, wie ich da stecken geblieben bin? Macht keinen Sinn, aber so war's. Alter, da ist er doch. Woah! Hier wird doch nicht, Alter. Da musst du doch aufrücken. Du siehst doch nicht. Was soll ich denn da machen? Du musst einfach mit Horror an dem Spiel. Ja! Was machst du denn da eigentlich beim Pfosten, Alter? Du bist so ein Lost, Alter. Du bist so ein Lost. Schon was von Loyalität gehört, Alter? Ich bin hier bei dem Pfosten loyal. Du musst dich doch unterstützen. Ich hab doch. Ich mach gleich einfach alles alleine. Hier, Torwart, schnell Abbruch, schnell Abbruch. Nein, nein! Ja, Jungs! Hey, Abzeit! Jawohl! Mein Schuh, mein Schuh, mein Schuh war offen. Danke für mich. Danke, mein Schuh. Danke, Alter. Alter, verpiss dich. So, Eli, heute bist du mal dran. Komm, Junge. Heute ist dein großer Tag. Komm. Wie spielen wir heute? Heute ist das Finale, Alter. Komm, klar, Mann. Komm, Junge! Eli, Mann! Willst du dich verarschen? Das Spiel fängt an. Bist du bescheuert? Zieh die Abschuhe an. Ich zieh grad mal Schuhe an, Bruder. Steh doch mal auf, Alter. Das ist wichtig. Gott, ey. Immer mit der Ruhe, Alter. Was, Ruhe? Ey, Magie, mach mal auf. Mit der ruhige Kraft, Bruder, ey. Schieß, schieß, das Tor ist leer. Schieß! Oh! Ey! Eli, was machst du da? Wir haben uns schon wieder ein Tor kassiert. Kannst du nicht hier am Pfosten schillen? Ich dachte, das wäre Pause, Alter. Alter, Eli, Mann. Das ist das Dritte. Oh! Ja! Was passiert, Mann? Eli, mach doch auf! Bitte! Ich hab ein kleines Power-Näpfchen gehalten. Oh! Was ist denn hier los, Alter? Fängt das Spiel auch nicht an? Dann bin ich aber zu früh da. Digga, wo sind alle, Mann? Ey, Günther! Bernd! Wo seid ihr? Laubro, komm einfach zum Platz. Bruder, ist egal was für Unterwäsche. Nein, du brauchst auch keinen Sport, BH. Komm einfach zum Platz, okay? Oah! Oh mein Gott! Boah, ich bin dir so dankbar, Bruder. Komm hoch, komm hoch. Gerne, Bruder! Man hält es da wirklich. Jedes Team. Einer für den andern. Gegen, was kommt auf dich zu fest Z Alm, Bruder. Ah! Achtung! Wow, wow, wow! Oh mein Gott! Hab dich, Bruder! Du hältst ja wirklich alles, oder? Fürs Team, fürs Team. Gerne, Bruder, gerne. Wow! Hey, Alter! Hey, Alter! Arbeit hier, Alter! Ich kann die Schlaftabletten wieder in den Zor stellen. Nicht mal die einfachsten Wände kannst du halten. Jetzt liegen wir eins hier hinten. Der schläft wenigstens, weißt du? Was machst du? Schwach! Ja, geh wieder in den Zor schlafen. Den hab ich so safe, Junge. Du hast keine Chance. Bruder, ich mach den jetzt rein, Alter. Hab ich! Hab ich! Tat nicht weh, tat nicht weh. Was soll das? Nachpfosten. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Meinst du nicht? Es wird mal Zeit für den nächsten Schritt. Wie? Wie läuft das mit der Latte? Mit der? Ah! Immer verletzt du mich! Ich geh zum anderen Pfosten! Wo ist der Ex? Was? Was? Gib mal den Pfosten hier weg! Den Pfosten? Ja, hau ihn weg, Mann! Ah! Ah! Was? Was macht mein Kollege? Ah! Komm, Bruder. War ein geiles Spiel, Alter. 2-1 hast du gut geschlagen. Ich hoffe, deinem Schienbein geht's jetzt gut, ne? Ah, ist ja beide. Aber lass jetzt duschen gehen, komm. Das Essen wartet doch auch auf uns, Alter. Ich hab noch was vergessen, ne? Geh mir schon mal vor. Okay, ja. Ich bin da vorne bei der Ecke vorne. Nimm schon mal Ball mit, hier, ja? Wir sehen uns. In der Umkleide, ja? Endlich sind wir allein. Oh, Kopfschmerzen. Wochendeleber wieder. Oh, nee. Ich bin da gar nicht dran. Denken. Ich hab das gerade zicko machen. Borgo! Was ist denn OG? Boah, am Freitag im Garten, laut. Das wird richtig lit, Alter. Lit! Und ja, ich ruf jetzt noch ein paar andere Leute an. Bring doch diese Emily mit. Die hat richtig geile Schwester und Cousine, Alter. Komm. Mühe, altes Haus. Wie geht es dir denn? Ja, YouTube läuft bei dir besser als bei mir, ne? Freitag haben wir Gartenparty. Richtig voll... Oh! Macht wirklich gar keinen Spaß, Mann. Ich geh jetzt ins Feld hier. In den dritten Hand schütze ich auch noch mal aus, ey. Bruder, bleib doch mit dem Torwart. Du bist doch Torwart. Ey, das macht doch keinen Sinn. Bitte, bitte. Oder du spielst doch sogar in einem Verein Torwart. Nein. Hast einen Torwart-Kanal. Weißt du das nicht mehr? Nein, Alter. Welcher Tag ist heute? Ach, ich bin ja schon gut im Torwart. Jetzt ist Comeback für Stürmer, Stürmer. Oh, jetzt hier. Stabiler Freistoß. Ich hab was gelernt. Man macht das irgendwie so. Ne. Okay. Hier. Ah. Comeback verschiebt sich wieder. Dritte Verletzung in einem Tag. So, Freunde. Lass mal unsere 5 an von YouTube-Teepern. Ihr kennt bestimmt wenig. Lass mir mal ein Like davon. Ihr wisst doch Bescheid. Und ein Abo. Ganz genau, Leute. Schaut bei den Jungs vorbei. So unten in der Beschreibung verlinkt natürlich. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Bis dann. Ihr abonniert alle. Wir sehen uns beim nächsten Mal.